Hallo GF! Noch mal Schiebald auf M.O. Der erste Schiebald dauernd ist vorher angekündigt. Echt GF? Der Treppe ist ein Leperroger. Ein 1k Reischstern. Hau die los, jetzt rettet ihr die Toten bitte P3, Übergang zu P3 machen wir Das war am Ende noch ein bisschen kaputt, aber jetzt bleibt es gut. Das war am Ende.